Hallöchen, ihr Barnausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Sky Factory Nr. 4. Oh, spiel nicht mal weg hier, du. Na zum Mister. Nix besonderes. Ah doch, das ist noch Creeper, guck mal. Ciao Creeper, machs gut. Okay. So. Ah, die ersten Weins sind fertig. Da brauchen wir noch ein bisschen Kobli. Da brauchen wir noch einen Bookshelf, ne? Also wir brauchen drei Bücher. Werden wir Bücher? Wahrscheinlich nicht, ne? Book. Leder und Drei Papier. Oder Pattern, String. Ja, der ist einfacher. Strings, aber zwei. Belastend. Welcher String mehr? Oho. Okay, mal kurz. Passt du nicht so an. Oho. 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 So. So. So, einen brauchen wir noch. Zwei Strings brauchen wir. Sechs Patterns. und ein bisschen paper paper soll jetzt nicht das problem sein sollte auf jeden fall wir können ein bisschen pflücken reicht schon lange wollte ich gar nicht so drei büchers einmal das dann brauchen wir einmal die wein mossy cobblestone die ball of moss oh scheiße ja da hätte ich vielleicht woanders entscheiden soll egal so das gibt einen mending moss und das gibt dann natürlich jetzt nur eins aber es gibt dieses das gibt halt dann für ep gibt halt die ability so wollen wir mal wieder gucken dass wir noch einen sulfo kriegen oder andere sachen was ist das hier runter du lump ich habe sulfo mehr wollte ich gar nicht danke immer diese immer diese groupies hier die dann kommen es gibt sogar zwei sulfo okay so das haben wir dann können wir da jetzt auch weitermachen nehmen wir mal nur vier mit so da gehen wir in die manufaktorie und machen die mal klein sieht das aus oh ein paar blätter rein machen so so und so so Der Pelvossium machen? Ich muss auch noch unten mal ein paar Dinger hinstellen für die Die Reiben und so So Wir brauchen Sulfur und Gunpowder Braucht man glaube ich dafür, ne? Pelvossium Verwärts doch Wir haben fast dasselbe So, da haben wir den Dust Was soll jetzt? Keine Ahnung Wieso nicht? Müssen wir halt schmelzen, glaube ich, oder? Müssen wir das rausholen Weiß so noch nicht wie Besser in so einem Colton, oder? Nicht voll neuen? Wollen wir den da ausfließen lassen? Ich habe keine Ahnung Jetzt nochmal ausprobieren Wahrscheinlich nicht Wir brauchen Lava mal wieder, ey Wollen wir mal wieder ein bisschen Lava holen Wollen wir mal wieder ein bisschen Lava holen? Ja Ich habe ein bisschen Lava wieder da dran Passt Ähm Ich frage mich gerade, soll ich das jetzt mal so ausprobieren? Erstmal? Ich probiere das mal so, oder? Nur ein paar Karotten Nur ein paar Karotten Schweinchen Hallo Mach mal Liebe Ok, macht keine Liebe Alles klar Heißt, ich brauche ähm Doch äh Noch eine Enderperle Das war aber glaubt, woher Du gehst Du gehst Du gehst Du gehst Du gehst Du gehst Dann hätten wir das Vielleicht auch Wenn es geht Ich hoffe es geht Dann brauchen wir gleich noch Magma Cream Wollen ist scheißegal tatsächlich Ach ja, wir brauchen noch ein Zapling Aber das meine ich halt, dass man hier Das geht auch nicht Das geht auch nicht Ok Das heißt Spawn fluid duct Und eine Servo Servo haben wir tatsächlich Fluid So Wir brauchen eine Harde nicht Inva und Led brauchen wir Ok Inva kriegen wir locker hin Inva ist nur Eisen und Nickel Haben wir? Doch Nickel haben wir ne? Sollten wir haben Led haben wir auch Led haben wir auch Nickel sollten wir haben Ja Ja Da werden wir mal Harde nicht äh fluid duct machen Und äh das dann rauspumpen In den Corridor Ja 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 Vielen Dank. So, ein Nickel machen wir dann mal zur Inva machen wir wie gesagt ein LED dann machen wir das mal kurz weg. So, wenn wir darauf achten ob da irgendwann mal wieder ein Enderman drin ist. Oh, hi. Okay. 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 Ich hoffe schon, das ist mein... Hä? Er hat's rausgepumpt, aber ich weiß nicht wohin. Ja genau. Ja. Ja, woran? Ein Tank. 4 und 4, Eisen, 4, Glas. Vielleicht ist er auch kein Eisen mehr. Ich blöcke mich am Arsch. Ich blöcke mich am Arsch. Ich blöcke mich am Arsch. Vielen Dank. Ich möchte gerne ein Eisen haben, wenn es geht. Danke. So, viel Redstone. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. Danke. 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 Geht doch. Dankeschön. So, Magma Slime haben wir. Gut. Dann brauchen wir jetzt natürlich wieder einen Hopper. Ein Hüber. Das. Dann brauchen wir eine Kiste. Mulch brauchen wir wieder, ne? Also brauchen Kakao und Sticks. Vier Stück, ne? Waren es, glaube ich. Genau. Mulch. Kiste. Hopper. Ja. Wir brauchen zwei Kisten. Können wir halt rein. Wir brauchen noch fünf Eisen. gut. Haben wir das dann auch. So, dann kriegen wir nämlich jetzt, äh, roten, äh, hier Magma Slime. Wir brauchen noch einen Platz hier. Danke. So. Hopper. Einmal Mulch. Einmal den. Ach. Da braucht er hier. Hm. Ja. Da braucht er hier das, äh, Flymy. 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 Hört. Da. War nicht. Ich glaub das ist egal. Flymy. Slathe. Filch. High blue. Ah. ab ist und mir ist kein problem ein milch und ein dörd ja kann ich oder hoffe und ein dörd so leid Blumen. Eine Milch, danke. Ähm. So, funktioniert, sehr gut. Dann das weg, das auch. Blaze lassen wir mal, weil das weiß ich jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir den Blue Slimey Dirt. Sogar. Noch einen Tappen besser ist. So, jetzt haben wir das. So, als nächstes können wir dann halt Richtung. Hier geht das hier. Soulcent haben wir, das haben wir. Magma Cream ist kein Problem. Ähm. Wir brauchen nur noch das. Nur Slime Balls, zwei Stück. Sogar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020